So, liebe Leute, das ist meine Suzuki, eine 1400er, zwei Zylinder, das heißt 700 Kubikzentimeter pro Zylinder. Das ist Baujahr 1990, also kann inzwischen im Jahre 2021 als O-Timer angemeldet werden. Die möchte ich jetzt verkaufen, aber ich möchte ganz gerne nochmal den Auspuff-Sound hören. Dazu will ich das Mikrofon mal so einen halben Meter hinter den Auspuff halten, hinlegen und dann werde ich das mal anschalten. Mal gucken, was passiert. So, das Mikrofon liegt jetzt hier. Ich kann ihn nochmal rüber, schalten nochmal an. So, ich werde mal ein bisschen Gas geben. So, das ist also der Saal. So, das ist irgendwie